Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen vom Prototyp bis zur Serie und ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist halt eben auch die Marke oder bei anderen Projekten wäre es dann eben der Markenname von dem Fahrrad. Wir kreieren in diesem Fall eine komplett neue Marke und machen eine neue Bike Marke auf. Warum machen wir das? Der Grund ist ganz einfach. 77 Designs ist für uns Komponentenhersteller und wir wollen uns da auch keine OEM-Optionen für die Zukunft versauen oder verbauen und deshalb musste eine neue Marke her. Jetzt möchte ich euch gerne mal erklären was es mit der neuen Marke auf sich hat und wie wir dazu gekommen sind. Wir wollten halt gerne was Heimatverbundenheit so ein bisschen zum Ausdruck bringen, ein bisschen zeigen wo wir herkommen mit dem Markennamen und da war dann irgendwann nach Brainstorming mit den ganzen Buddies, und ein paar Bierchen kamen wir dann halt eben bei Massematte raus. Massematte ist so ein ganz alter lokaler Slang hier, der zum Beispiel auch Worte beinhaltet wie Leze oder Motex, das heißt Hammer, Leze heißt Fahrrad und Kaline für Frau oder Mädchen und eben auch Kavenzmann. Und Kavenzmann steht im Seefahrerslang für Monsterwelle und in dem lokalen Slang eben für was Großes, was Kerniges, was wo man sich drauf verlassen kann auch. Zum Beispiel gibt es das auch die Ableitung, die bürge bedeutet und das Fahrrad, das bürgt halt einfach für enorme Fahrstabilität und Sicherheit und die Monsterwelle, die assoziiert halt eben, dass man über alles drüber weg bügeln kann mit dem Bike und deshalb fanden wir den Begriff eigentlich sehr kernig und sehr zutreffend. Und andere Geschichte ist noch, warum haben wir das nicht Kavenzmann genannt, sondern Kavenz mit einem Z am Ende. Das hat den ganz einfachen Grund, wir mussten ja auch eine Marke finden, die sich durchsetzen kann, die man auch verteidigen kann und die man auch registrieren kann. Dafür brauchten wir zunächst eine .com und eine DE-Domain und da mussten wir eine europäische Marke anmelden und da muss man natürlich im Vorfeld einfach eine Untersuchung machen und gucken, ob diese ganzen Sachen überhaupt noch verfügbar sind und das waren sie zum Glück und deswegen ist es nicht TS oder irgendwie was anderes geworden, sondern Kavenz mit einem Z am Ende halt eben. Und was auch noch immer wichtig ist, heutzutage sind die sozialen Medien irgendwie auch noch, ja, available. Und das waren sie, Kavenz, Hashtag Kavenz zum Beispiel, gibt es nur, habe ich nur ein Hashtag gefunden, ist also super genial, weil wir dann wirklich mit einem blanken Blatt Papier starten können und wirklich eine komplett neue Marke darum herum aufbauen können. Das hier waren so die ersten Entwürfe für das Branding, das war uns dann aber hinterher zu düster und so irgendwie böse. Dann hat sich das halt eben so weiterentwickelt. Dann waren wir hier so ein bisschen mehr so Hipstermäßig unterwegs. Dann ging es hier so ein bisschen mehr, was weiß ich, ich sag mal so Rechtsanwaltsmäßig oder so. Ein bisschen vertrauenswürdiger und daraus sind wir dann hier in die Richtung gelandet. Hier sind noch die Serifen dran und das A hat sich entwickelt als kleiner Berg, als Bergeinheit. Bisschen reinzoomen. Das ist jetzt schon ziemlich nah dran am Finalen. Und wo sind wir dann hier? Das sind alles noch andere Projekte gerade auch. Ich zeige es euch mal auf einem Blatt Papier. Das ist jetzt eben das finale Logo. Das A hat noch eine kleine weiße Spitze bekommen, um wirklich ganz klar und deutlich zu machen, das ist ein Berg. Die Serifen sind verschwunden, die sahen wir noch so ein rechtsanwältsmäßig aus. Das war nicht sexy. Alles ein bisschen VIFIA noch geworden. Und ja, jetzt kommt das A kommt aufs Steuerrohr. Diese beiden kommen aufs Unterrohr. Und dann kommt oben aufs Oberrohr kommt halt dieses BHP 16. 16 steht ganz klar für den Federweg am Hinterrad. Und BHP heißt Virtual High Pivot. Das ist die Modellbezeichnung. Das ist übersetzt, heißt es einfach nur virtueller hoher Drehpunkt. Und das soll noch mal eben herausarbeiten, was das Besondere an dem Rad ist und was die besonderen Fahreigenschaften eben auch ermöglicht. Ja, hatte ich das hier schon auf die Folie? Hier kann man noch so ein bisschen so ein Gefühl erkennen. Das ist jetzt ein Foto, das ist ein Squamish entstanden. Dicker fetter Wurzelteppich und alles brutal und kernig. Und das ist eben eigentlich so das Gefühl, was wir hinter der Marke dann aufbauen werden und erzeugen werden. Ja, ich hoffe, dass das war auch mal interessant. Dass man so ein bisschen so ein Business Markenfindungsprozess eben auch mal zeigt hier. Das ist ja nicht nur Entwicklung von einem Fahrrad. Es geht ja jetzt auch tatsächlich in die Tiefe. Entwicklung Marke und so weiter. Entwicklung Branding. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Haufen Arbeit, den wir eben auch machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönen Tag noch. Tschüss.